Die Idee stand vor einem Jahr und ich wollte was Neues machen, ich wollte Schüler wieder einbringen und die Idee war einen Komponisten dazu zu nehmen, der ein Stück schreiben soll für diese Besetzung, also Kontrabass, Gesang mit Birio Kalinowska und Klavier, das war die Idee für dieses Konzert und zusätzlich noch die Lieder Berio und Lachenmann, damit er einen gewissen Rahmen hat mit dieser Art von Musik. Patrick Skiglitz kontaktiert mich, um dieses Projekt zu machen, in dem die Idee ist, um ein Werkzeug für die jungen Musiker hier im Conservatorium zu kommen, um sich in der Musik zu involvieren, wie sie zu sein, um neue Möglichkeiten auf ihren Instrumenten zu finden. Das war eine Idee von Alejandro Magallanes. Ich habe ein Buch gefunden, wo er, mit sehr einfachen drei Figuren, kann man verschiedene Landschaften, Bilder und auch eine Geschichte erzählen. Und ich dachte, warum nicht das zu den Studenten in der Conservatorium, um diese Metaforste zu finden, in ihren eigenen Instrumenten zu entwickeln, um neue Geräusche zu entwickeln. Es ist wahrscheinlich auch ein Startpunkt, um kreativ zu werden und sich über modernen Geräuschen zu entwickeln. Es war ein Freude, mit ihnen zu arbeiten und ich fühle mich ein Ehemann, dass sie ein Teil dieses Projekt zu sein. Die Fotos sind speziell für dieses Projekt gemacht. Und was wichtig für mich war, auch, dass die Fotos in Graz sind. Ich wollte schon ein bisschen die Stadt zeigen und eigentlich auch, wie reagiere ich auf diese Details, was ich sehe. Wenn man ein paar Detaile zusammen bringt, dann kommt das Ganze an. Das ist die gleiche Sache mit Stück. Also diese manchen kleinen Nuancen, das ist auch unglaublich wichtig. Und die sind gemacht für Kinder, dass die auch reagieren können auf Abstraktionen. Ja, also ich muss schon sagen, die haben fantastisch reagiert. Das war eine große Überraschung für uns alle. Wie junge Menschen können einfach diese Bilder verstehen. Es geht um Verstehen, um Fühlen. Abstraktionen Vielen Dank.